So, Vorsicht Stufe. Danke. Alles in Ordnung. Dankeschön. Danke. Oh ja, Corona wird ja gefolgt. Das ist spannend, ne? Dankeschön. Ja, bitteschön. Ein, zwei, zwei. Kannst du auch helfen? Ja, okay. So, alle da. Müsst du einmal kurz hier nehmen? Okay, bis später. Alles weil sie auf Flur 6. Haben wir die Mühe gedient. Ah, jetzt erst. Okay, guck mal. Ach ja. Soll ich den Saug ausgucken? Nee. So könnte man, ich gehe later. Cool. Oh, jetzt geht's wirklich schön. Oh, jetzt geht's wirklich schön. Oh, das Seil sieht schon gut aus. Ja. In solchen Zeiten. Guck mal, da sind so Bögen da drin, ey. Hm. Ich finde, dass sie sich wieder immer gedrückt. Hm. Nee, ich schau lieber. Also damit, wenn ich überschritten werde, gibt's ein akustisches Signal. Ja, ja. Ja, ja. Das jetzt, ey. Wir können doch nicht mal das Dach abgeben, zum Retten hier. Eben, komm, jetzt hör mal auf. Ja. Ja, das ist echt krass, dass das so schön ist. Das ist echt so schön. Das ist echt Wahnsinn. Wie macht das total? 500 bis 700 Volk am Tag. Wahnsinn, ne? Mit den Tagen, ja. Echt Wahnsinn. Das fällt wahrscheinlich wieder raus. Ja, die Schnee raus. Oh. Danke. Danke.